Gustav Karl Leopold, Freiherr von Bodenbrock, war ein preußischer General der Infanterie. Leben! Seine militärische Laufbahn begann er im Cadet-en-Chor. Aus dem er 1827 beim 21. Infanterieregiment als Seconder-Leutnant seinen Dienst in der preußischen Armee aufnahm. Ab 1838 war er dort als Adjutant tätig und wurde dabei 1848 inzwischen zum Divisionsadjutant aufgestiegen. Bei den Einsätzen gingen die Aufstände in der Provinz Pusen eingesetzt. 1853 erfolgte die Versetzung in den Generalstab und 1856 nach der Beförderung zum Major ein Kommando beim 13. Infanterieregiment. Den Krieg 1864 erlebte er inzwischen zum Oberst befördert als Kommandeur des 5. Westfälischen Infanterieregiments Nummer 53. Er war beteiligt am Sturm auf die Düppeler-Schanzen, hier führte er die 4. Sturmkolonne. Für die erfolgreiche Erstürmung erhielt er den Orden Pur-le-Merit. Noch während des Krieges wurde er zum Kommandeur der 28. Infanteriebrigade ernannt, die er in der Schlacht von Alsen führte. Nach dem Krieg wechselte er zur 2. Infanteriebrigade in Danzig. Mit dieser nahm er am Preußisch-Österreichischen Krieg 1866 teil. Hier kämpfte er am 27. Juni 1866 inzwischen zum Generalmajor befördert in der Schlacht bei Trautnau als Teil der 1. Division. Er selbst führte den verlustreichen, aber letztlich erfolgreichen Angriff von insgesamt 8 Bataillonen gegen den rechten Flügel der Österreicher in den Hügeln hinter der Stadt Trautnau. Diese Stellung musste er aber am Abend gegen heftige Angriffe der Österreicher wiederräumen. Bei diesen Kämpfen fielen insgesamt ca. 1.000 Preußen und über 4.700 Österreicher. Am 26. Januar 1867 wurde er zum Generalleutnant befördert und zum Kommandeur der 6. Division ernannt. Im Krieg gegen Frankreich 1871 führte er diese Division als Teil des 3-Armeekorps bei der 2. Armee. Dort nahm seine Großverband zusammen mit der 5. Division an der Schlacht von Masla-Tur teil. Bodenbrock konnte hierbei die Ortschaft Weinwill erobern und damit die Verbindung zur 5. Division herstellen, was eine geschlossene preußische Stellung bedeutete. Diese Position hielt er den ganzen Nachmittag über auch gegen den Angriff des gesamten französischen 6. Korps. Hierbei kam es zum berühmten Todesritt der Brigade Bredow. An diesem Tag verlor seine 6. Division 159 Offiziere und 3412 Soldaten. Nach der Schlacht beteiligte er sich an der Belagerung von Metz und später noch an der Schlacht bei Lehmanns. Für die Verdienste im Krieg erhielt er das Eiserne Kreuz I, Klasse und das Eichenlaub zum Pur-le-Merit. Nach dem Krieg wurde er am 18. August 1871 zum Gouverneur von Königsberg ernannt. In Anerkennung seiner Leistungen während des Krieges gegen Frankreich wurde Bodenbrock am 22. März 1872 mit einer Dotation in Höhe von 40.000 Talern bedacht. Unter Verleihung des Charakters als General der Infanterie sowie des Roten Adler Ordens I, Klasse mit Eichenlaub und Schwertern wurde er am 10. August 1872 mit Pension zur Disposition gestellt. In nachmaliger Anerkennung seiner Verdienste erhielt Bodenbrock am 10. Juli 1879 die Kasekundengroßkontur des königlichen Hausordens von Hohensollern. Er war Rechtsritter des Johanniterordens.